Yeah! Der Rückweg ist zerstört. Wie es immer bei solchen Spielen ist, es gibt kein Zurück. Unsere Freunde sind bereits drin. Nein! Nein! Ihr blöden Säcke! Nein, ihr kommt nicht auf die Idee, mir zu helfen, gegen den Jabberwookie zu kämpfen, ne? Nein, das wird euch nie im Traum einfallen. Ach Gott. How I hate them. Kann ich den so mit treffen? Weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall sauer. Okay, wenn er sauer ist, dann geben wir ihm etwas zum Spielen. Und das hat ja diesmal super geholfen. Yeah, ich kann zielen. Wow. Mehr Gegner. Das ist nicht so schön. So, das heißt... Alter! Alter, muss man hier aufpassen. Wow. Ich gehe zurück. Was haltet ihr davon? Ich gehe zurück. Na. So, super. Safe. Mitnehmen. Oh, das Spiel ist so hart. Meine Güte. Ich denke, wenn man das Spiel als kleines Kind spielen würde, würde man wahrscheinlich auch so die Hallus- oder Albträume bekommen. Von dem ganzen Scheiß, was da hier passiert. Oh, das ist so hart. 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 Wir machen dort hinten direkt Feuer. Weil wir wissen, was da kommt. Yeah. Wir lassen uns nicht treffen. Nein. Wir haben auch noch eine Trompete. Na. Ah. Wieso? Das ist so unfair. Hier. Hier. Das ist noch mehr Feuer. Entschuldigung fürs Husten. Es hat mich überkommen. Yay. Welche Möglichkeit habe ich gegen dich? Hm. Außer dran vorbeizuspringen oder so, ne? Hey. Stimmt, da war ja was. Shotgun. Oder wie ich sie nenne. Ne. Ja. Knochen. Oder wie ich sie nenne. Shotgun. So hätte es sein müssen. Yeah. Hm. Ich könnte sie zurück in die Lava schmeißen. Tschüss. Das darf nicht wahr sein. Bist du jetzt Buggy? Nein, nein. Du bist nicht Buggy. Das sehe ich dir an. Tschüss. Ah. Gut. Nur schade, dass ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. So. Und du punchst mich jetzt erstmal wieder von 5 Metern. weg, ne? Ich kenne euch doch. Na jetzt, ah, jetzt habe ich aber davon nichts mehr. Das ist nicht so schön. Ach, ja, aber der ist ausgekühlt. Hm. Bin ich so dumm? Ist das so ein Rätselgegner, der nur bei etwas Bestimmten besiegt wird oder so? No. Hier, komm, weißt du was? Hier, lass mich in Ruhe. Ja. Dort hinten werden sowieso noch schlimme Gegner kommen. Oh my god. Na, was kommt hier jetzt noch? Aus der Lava rausgehüpft oder von oben runtergesprungen? Das ist doch die ganze Zeit so, dass irgendwelche Pop-Ups kommen. Es wäre ja nicht logischer, wenn die einfach auf Patrouille gehen würden. Nein! Alles muss explodieren. Yeah. Yeah. Explosion. Noch einer. Yeah. Yeah. Alles explodiert. Alles ist mega. Teil der Königin. Was wollte ich hier? Weg mit dir. So, okay. Dann brenne ich halt. Ist okay. Dann kann ich mich da hinten zumindest wieder heilen. So. Der kann mir auch fast egal sein. Ich muss nur noch einen richtigen Winkel finden, wie ich den runterschmeißen kann. Du bist doch unten! Oder? Bleibst du da? Ich weiß es nicht. Aber bleib da einfach mal. Das ist gut. Das ist cool. So, sehr schön. Haben es zwar nicht mit minimalem Verlust gemacht, aber dafür sind wir doch noch gut durchgekommen. So. Oh. Ja, da kommt der runtergesprungen. Ihr sucht dies. Wie man hier den ganzen Scheiß nur ausweichen muss. Ach gut. Ja, hör auf, hör auf. Wie viele kommen da denn? Das Spiel ist krank. Krankes Spiel ist das. Wey. Ja, und jetzt komme ich noch zum Feuer, ne? Ja, das fehlt mir noch. Kranken, dumm, Säue. Nein, nein, nein. Ach Gott. Soll ich mal versuchen, einfach an dem vorbeizulaufen? Einfach so. Einfach so. Ich weiß auch, wenn ich vermied. Hier, just have a party. Juhu. Alter, ich würde gerne mal sehen, wie jemand einen Speedrun macht. Shit. Ja, dann speichere ich da vorne nochmal. Mal. Oh, that game so hard. Lalalala. Bam. Wow, das hat ja einen richtig guten... Ich schleudere euch weg, Effekt. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt ist das aber... Wow. Hilfe, dass es... So schlimm. Und lup. Ein heißes Bad nehmen. Wow. Ja, und da sind sie wieder. Scheiß drauf. Wir müssen unseren Angriff konzentrieren. So, 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 so. Nein. Oh, wie die da wieder hoch... runterkommen von oben. So, hopp, hoppidi hopp. Hopp, hopp, alles top. So, ja, kriege ich noch das Feuer ab. Alles klar. Habe ich kein Problem mit. Nein. Moin, wie viel Schaden ihr drückt. Das ist doch nicht normal. Und zu spät gejumpt. So, jetzt seid ihr aber weit weg. Ja, was wollt ihr machen? Ja, brennen. Brennen, brennen. Ach, ja. Los, komm bitte alle über die Brücke. Dann könnt ihr schnell und gut sterben. So einer ist schon kaputt. Boah, die Krankenversuchte ist da hinten. So, das wäre es eigentlich gewesen, ne? Ja, genau, das sucht die Leute jetzt auch noch rein. Ja, und der fällt halt in die Lava. Das ist schön. So, da komm. Wow. Ein Hoch-Aff-Air-Control. So. Vollgeheilung und weiter geht's. Ja, da kommen wahrscheinlich wieder so Viecher da raus, ne? Aus der Lava. Ich sehe das schon kommen. Oder irgendwo einen anderen Scheiß-Pop-Up. Ne? Ne? Was kommt hier? Mein Gott. Ich denke, die haben bei der Anpassung der Schwierigkeitsgrade Wow! der Schwierigkeitsgrade einfach ganz stumpf die Gegneranzahl erhöht. Und den Schaden. Wirklich, mehr scheint das nicht zu sein. Oh mein Gott. Nein! Das ist eine heiße Sache. Ah, und ich muss wieder laufen. Ich glaube, dann tue ich da wieder ein Jack in the Box. Ein Jack in the Box. Jack in the Box. Jack, 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 Jack in the Box. Da, pa, pa. Gott沒 look! Jack in the box Jack in the box Is nice a squer Man! Is de da oben! BAMBBAM BABAMBBAM Dann Ja double hit Feuerparty baue ich da hinten jetzt eine Scheiße der Partie Nr die Heiligen Klaringen Türen und ein tolles L.P. und ein tolles APG Maker Spiel tolles L.P. von Chainsaw Man 16 zu tun und mich interessiert wie das da weiter geht weil das war nur die erste Episode woher geht es noch mehr von den Fiechern sterben die Stärken ich habe keine singen Stimme das ist mir egal so Hör du sucht die stirbt ja rutsch mir den Buckel runter so gespeichert weiter geht's yeah 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 wir besuchen die Königin die Königin in ihrem Krankenschloss und da kommen wieder Gegner von oben runter gesprungen und das war überhaupt nicht vorhersehbar und alles ist total zufallsbedingend das ganze Spiel ist zufallsbedingend meine Stimmung ist zufallsbedingend in Bezug auf dieses zufallsbedingte Spiel ich kann nicht singen singen kann ich nicht auch wenn ich wieder Feuer fresse Aua 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 das tut echt weh letztes Mal Feuerparty vor euch aus für den da hinten der macht Feuerwehr-Alone-Party Auaah ich sehe die Schüsse immer so spät Kacke verdammte Hacke Kacke Kacke zu Füßen nein 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 nicht runterfallen ganz schön wie wäre es mal mit zur Abwechslung Treffen am besten bevor die ganzen Teile da wechseln ja noch einer noch einer Aua Freeze what the fuck god Aua Aua sie machen Aua wie Chancellor mal sagen wurde Aua und da liegt der Kopf wie sagt Chancellor mein auch manchmal Aua traurig genau nein ich will keine Chance-On-Mail-Copy sein nein aber Chance-On-Mail ist ein cooler LPR yeah der hat's drauf der Aua der spackt ab und das gefällt mir wie ich jetzt schon keinen Bock habe mich zu bewegen bei diesen dämlichen Gegnern die sowieso homing Shots haben yeah yeah tanzen 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 yeah nochmal Bäm 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 Wuhu und Backflip Backflip yeah so das und das so das war's das war's das ist ein Eingang das ist ein Eingang das ist ein Eingang yeah 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 singend kommen wir zum Ziel yeah yeah